Heute sprechen wir über die besten Motorradreifen. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Motorradreifen. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Der hochwertige Ganzjahresreifen von Metzler ist einigermaßen sparsam und liefert damit auch ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Tourenreifen bietet er einen guten Griff und auch ein hervorragendes Handling beim Kragen, ohne dass der Reifen schnell läuft. Die Laufleistung ist dadurch im Allgemeinen gut, allerdings im Gegensatz zu einigen anderen Ausführungen, insbesondere auf komplett trockenen Fahrbahnen, leicht reduziert. Auch auf feuchten Fahrbahnen nutzt der Reifen dank der Längsrillen hervorragende Fahreigenschaften, da das Wasser genau zurückfällt. Die in der Mitte enthaltenen Stahlbandwicklungen weisen zusätzlich ein positives Ergebnis auf, dass einen reibungslosen Betrieb und auch wenige Bewegungen im Schritt garantiert. Dies verbessert die Sicherheit sowie damit die Handhabung. Nummer 4. Pirelli Motorradreifen bieten ein maximiertes Walk der Sechen, das mit außergewöhnlichen Nasshäusern integriert ist. Die Effizienz des Reifens ist ausgezeichnet und dank seiner großen Griff liefert es sehr bequemes Handling. Das Wasser wird sehr gut abgelassen, so dass der Reifen extrem risikofrei ist und auch auf feuchten Straßen vertraut. Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung ist der Abrieb relativ gering, was die Laufleistung im Vergleich zu vielen anderen Reifen deutlich senkt, ohne dass sich dies negativ auf die Fahreigenschaften auswirkt. In Bezug auf die Geschwindigkeit, der Reifen bekommt ein höheres Maß, aber die ausgezeichnete Fahrfahrung absolut bestätigt den Preis. Ungünstig bei der Prüfung war jedoch, dass der Reifen an den Seiten viel schneller abnutzt als dazwischen, auch wenn das Fahrdeh sich nicht auch auffällig ist. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Die Endorubicke Reifen von Dunlop begeistert mit seiner hochwertigen Verarbeitung und erstklassigen Grip sowie Kurvenriff auf unebenen Flächen. Es liefert sehr gute Langlebigkeit auch auf den härtesten Wegen. Dank der FIM-Zulassung ist er zusätzlich bevorzugt für den Offroad-Betrieb geeignet. Im Gegensatz zu zeitlosen Motorradreifen ist es jedoch kein Tubeless-Reifen. Daher muss auch ein Schlauch angezogen werden. Das macht den Umgang mit etwas umständlicher, macht das Backen im Feld aber einfacher. Dennoch sind die Schäden ziemlich hoch oben auf dem Asphalt und auch je nasse Halt ist hier nicht geeignet, was Sie sich merken sollten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist insgesamt ausgezeichnet, ebenso wie wenn Sie auf der Suche nach einem tollen Endororeifen sind. Kommen Sie hier auf Ihre Kosten. Nummer 2 Der Fahrradreifen von Michelin ist ein solider Ganzjahresreifen, der mit seiner reduzierten Verschlechterung und exzellenten Grip auf nassen und trockenen Straßen begeistert. Der Reifen ist handlich, präzise und die Kurvenstabilität überzeugt. Im Vergleich zu anderen Reifen sind die feuchten Häuser besonders gut. Durch die tolle Mischung überzeugt die Laufleistung und trotz der höheren Rate ist das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt hervorragend. Fahrgefühl, Management und Stopp von Eigenschaften, Kurven-Sicherheit, Lenkgewohnheiten und auch Handwerkskunst überzeugen auf der ganzen Linie. Damit ist er ein guter Allrounder, der für viele Anwendungsbereiche bestens geeignet ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. Der Britgestone Motorradreifen hatte die Fähigkeit, sich als der beste Motorradreifen zu behaupten, da er sehr guten Feuchtenhalt bietet und sich beim typischen Fahren nicht zu schnell erwärmt. Dennoch ist der Reifen nicht gut für die Rennstrecke geeignet, denn wenn es so gut gemütlich wird, wird der Griff deutlich reduziert. Als Ganzjahresreifen sind sie sehr zu empfehlen und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt auf der ganzen Linie, da die Reifen ziemlich preiswert sind. Die Handarbeit ist insgesamt sehr gut. Das Fahrerlebnis ist hervorragend sowie bei typischen Motordesichen sowie normaler Temperatur ist der Abrieb sehr gering. Bei Bedarf liefert es eine lange Laufleistung, insbesondere wenn man die geringen Kosten berücksichtigt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.